Auf jeden Fall. Drei, zwei, drei, zwei, eins, go. Willkommen zu... Ja, was denn jetzt? Ja, das war jetzt der Start, Mann. Hä, nein, du musst eine Ansage machen. Was für eine Ansage? Ja, willkommen zurück. Nehmen Sie sich willkommen zurück, Alter. Doch, mach doch jetzt mal eine Ansage, Alter. Ich warte. Das ist doch 2015. Come on, please, ey. Hier sind Zombies, die können wir prügeln. Jetzt lass doch losgehen. Ich hab dich auch... Ich nehm noch nicht auf, Mann. Boah, come on. Nee, fang an, komm. Komm zu mir zurück, ey. Was ist los mit dir? Pass auf. Drei, zwei, eins. Willkommen zurück, Stacey. Was ist denn jetzt wieder los mit mir, Alter? Ich komm nicht drauf klar, ey. Ich meine, es ist doch klar, dass wir jetzt ein Video raushauen, wo die Beta da ist, oder? Ja, klar. Immer. Nice, perfekt. Go. Würde ich sagen, gehen wir mal zu Prison, oder? Vielleicht finden wir wieder was Neues. So geil, Alter. Was ein Start wieder, Mann. Und du willst den Zombie wirklich nicht prügeln, ja? Nee, warum denn? Das ist doch... Was soll das? Meine Stimme kackt voll ab, gerade wegen dir. Jo, wahrscheinlich meinetwegen, oder? Und lag auf keinen Fall an gestern. Es lag auf jeden Fall an gestern. Basel-Volks... Ne, was war das? Was war das? Nein. Herbstmesse. Herbstmesse. Nice. Ja, geil, Mann. Ja, freust du dich ein bisschen auf, Daisy? Ich muss sagen, ich hatte ja überhaupt keinen Bock, so, ne, Daisy. Aber ich hab jetzt doch mal die Beta gespielt, so gestern ein bisschen. Und muss schon sagen, also... Man hat Bock gemacht. Kann man spielen. Aber es ist schon so, dass ich überrascht bin, muss ich sagen. Bist du so ein bisschen auch gehypt und so? Bisschen schon, ja. Ich mein, wir versuchen jetzt nur zwei Stunden aufzunehmen. Und das geht halt nicht. Doch, jetzt schon. Hoffe ich. Gleich wieder Crash, Mann. Ja, auf jeden Fall. Ja, und das Geile ist, es gibt halt auch gemoddete Server, ne? Wie zum Beispiel den hier. Oder? Kann man da schon von gemoddetem Server sprechen? Ja, eigentlich schon, weil man kann schon in der Ferne was erkennen, was neu ist. Wow, Alter. Und ich würd sagen, in der ersten Folge heute, ja, gucken wir uns mal an. Wenn der Boss das sieht, Mann. Du, wenn das der Boss sieht, ne? Der tötet uns, Mann. Ich bin mal gespannt, wer das Video guckt, so, ne? Also ich hab jetzt in den letzten Tagen, Wochen so auf Facebook auch nochmal so die ein oder andere Nachricht gekriegt, hier, Grüße gehen raus an Angelo und... Markus, wann wir denn mal wieder Videos machen würden. Angelo, Markus, schöne Grüße an euch, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, mal gucken, wie lange wir das durchhalten. Ich weiß es nicht. Lange? Ein Jahr, meinst du wieder? Auf jeden Fall, mindestens, locker. Nee, es war ja länger als ein Jahr damals, ne? Ja, ja, 400 Tage. Oh mein Gott. Das ist überhaupt nicht stressig. Nee, einfach mal gucken, so, was wir jetzt hier erleben können. So, du hast keine Gasmaske, sagst du? Ich glaub, die ist sehr, sehr wichtig hier. Ja, by the way, man braucht anscheinend hier eine Gasmaske, um auf die Insel zu kommen. Wir testen das natürlich jetzt gerade mal. Du hast eine, hast du gesagt? Ja. Wie weißt du, man kommt auf das Haus übrigens, ne? Soll ich dir mal zeigen? Echt? Können wir gleich machen. Ich find die Leichen so geil, Mann. Du hast keine Gasmaske, pass auf, Mann. Ja, was? Als ob die kontaminiert sind, Mann. Das ist ne Bomberjagka, hast du Bock? Das ist ein richtig krasser Bomber dann. Stimmung oder was? Oh, geil. Ich bin voll beim Instant draufgekommen. Ja, du musst jetzt noch da oben drauf. Aber ich würd sagen, das versuchen wir jetzt hier nicht 15 Minuten lang, oder? Ja. Oh, shit. Vielleicht 10? 10 Minuten lang? 10 Minuten kann man machen. Weil es lohnt sich halt wirklich. Oh, scheiße. Was, was, was? Ich bin daneben gesprungen. Es fehlt halt noch die Kletteranimation, ne? Kann ich jetzt schon schneiden. Ja, dann muss ich sagen. Das kann ich jetzt schon. Also, dann muss ich sagen, hat PUBG, Daisy, doch das eine oder andere noch voraus? Das Klettern, ja. Ja. Fuck. Jetzt musst du doch hier easy gehen, warte mal. Ah, du musst auf dem Reifen vielleicht. Ah, egal. Ich versuche das jetzt nicht mehr. Einmal noch, komm. Okay, noch einmal machen wir das. Dann gehen wir aber langsam rüber und wir wollen ja die Leute nicht auf die Folter spannen, hier, ne? Ist ja alles neu hier. Die Leute kennen das ja noch gar nicht, die Brücke, ne? Das ist ein komplett neues Feature. Auf jeden Fall. Hast du das ernsthaft geschafft? Na klar. Was denkst du denn? Alter. Komm schon. Ja gut, auf jeden Fall kommt man da aufs Dach. Wir haben es jetzt gesehen, oder? Ja, wir haben es gesehen. Nice, perfekt, go. Alles klar. Geh mal rüber. Auf der Brücke gibt es auch ein bisschen Blut. Musst du ein bisschen gucken. In den Autos? Überall generell. Containerautos, ja. Sag mal, wenn du eine Mosin-Munition findest. Auf jeden, du hast ja eine Mosin am Start, ne? Schon nützlich, muss ich sagen. Pumpkin-Muni bitte auch mitnehmen. Oh, by the way. Ja, by the way. Wenn ich die endlich mal loswerde hier. Oh Gott, es kommt. Was denn? Ja, die Pumpkin-Munition. Ach so, Alter, hast du eine Pumpkin-Munition? Ganzes Päckchen. Oh, ja, geil. Drop mir doch diese geilen Dinger an. Lichter vom Auto. Ah. Muss ich da noch hinrennen, oder was? Ja. Ja, geil. Packen wir doch die Scheiße erstmal an. Aber sag mal, diese Brücke ist nicht Standard, oder? Ich glaube, die ist jetzt... Das ist gemoddet, ja. Das ist gemoddet, ja. Also auf den normalen D-Sagern gibt es die nicht. Ich fahre jetzt auch noch früher, ne? Mit den Trucks immer. Ja, Mann, das war geil. So, wir reloaden die mal. Wir können uns tatsächlich wehren. Du hast ja auch eine schießbare Waffe, oder? Eine schießbare? Ja, ich habe eine FX. Ja, aber das ist schießbar. Also du hast einen Muni dafür, ne? Ich habe eine Waffe, mit der ich schießen kann, ja. Ja, oder so rum. Ist jetzt eine FX übrigens, ne? Wie der jetzt wieder auf den Deutschlehrer macht, ne? Warte mal. Aber die Mosin heißt noch Mosin. Das finde ich gut. Meine rechtlichen Probleme. Ach, Quatsch. Wie doch nicht. Wo bist du denn schon wieder hin, ey? Naja, halt weiter und loote so ein bisschen. Aber hier liegt irgendwie nichts. Du hast eine Kohle übersehen. Danke dir. Was habe ich übersehen? Eine Cola. Brauche ich nicht. Achso. Ja, ich bin doch schon wieder ein bisschen hungrig hier. Es gibt es doch nicht. Also es ist hier irgendwie nichts in diesen Containern. Ja, was ging bei dir so ab die letzten zwei, drei Jahre? Erzähl mal ein bisschen was. Ich oder was? Ja, Mann. Bei mir? Gar nichts eigentlich, ne? Perfekt, super. Bei dir auch nichts, ne? Nö. Okay, ich nehme mal die Säge mit. Da kann man ein bisschen Basecrafting betreiben. Guck mal, es sind zwei Container auf einmal, ja. Oh, geil, Alter. Sag mal, was ist denn da drin, Alter, ne? Schön. Jo, steh mir im Weg. Ja, was denn, ey? Ja, guck mal, siehst du das wie das Rombat? What back nom? Lol, what the fuck? Hä? Alles klar. Good job. Erstmal reporten. Ja. So. Ich hoffe, ich finde auch eine Gasmaske, ne? Ja, ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Und im Zweifel wechseln wir uns ab, irgendwie. Ist das dann alles kontaminiert da hinten? Ich weiß das nicht. Ich war da noch nicht. Ach, du warst noch nicht ganz drauf? Okay. Nee. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Gefängnis, also die linke Seite, glaube ich nur. Bin mir nicht sicher. Okay. Das kriegen wir schon hin. Irgendwann, glaube ich, mal auch ohne. Da drauf kurz. Zweifel legen wir einfach einen um der eine. Ja, ansonsten. Ja. Ein ganzes, aber alles so egal. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Das sind schon sieben Minuten rum, ne? Was? Und wir haben noch nichts gezeigt. Ich pack fest. Oh, nee. Wir haben noch nichts gezeigt, oder was? Das geht gar nicht, ne? Nee. Die Leute denken, fühlen sich jetzt auch verarscht, ne? Ja, ne? Klicken jetzt da drauf so. Der sieht Beta, weißt du? Folge 1. Und zwei Mongos so. Ist so eine billige Brücke. Ja, ne? Das ist lächerlich ein bisschen. Sinn. Ja. Finde ich schlecht. Nee, finde ich echt schlecht. Aber ich glaube, das fehlt nichts mit der Gasmaske. Sollen wir einfach jetzt Gas geben? Ja. Ich versuche es einfach, ne? Ich sehe es ja am Kreuz, ob ich irgendwie sterbe. Immer dieses Sterben. Ich habe das UI ausgeblendet. Ach so. Warum? Brauche ich nicht. Mach so. Profi, sagst du? Ja. Ich brauche das halt noch. Ich bin halt doch ein Daisy-Anfänger, so. Ist denn sonst irgendwas Neues da auf der Gefängnisinsel? Weißt du das? Offentlich Loot, Mann. Guck mal, die sind Handschuhe. Das stimmt. Ja, es gibt so Tactical Handschuhe übrigens. Ich habe mich gerade be- Ja, ich habe auch welche an. Du hast auch welche an? Naja. Was im Team? Ja, beides. Ja, beides. Ja, muss der Flachwitz echt sein. Musste der jetzt kommen? Ja. Apropos Flachwitze. Wenn ihr da auch noch den ein oder anderen Gag habt, freuen wir uns natürlich über Content. Was ist das? Jumps you, check it. Ja. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, dann lesen wir euren Gag vor. Aber wir grüßen euch, wenn ihr das mögt. Warte mal, bist du? Ich bin schon weitergelaufen. Nee, bin ich. Ich bekomme noch kein Damage. Ich weiß nicht. Also sozusagen, wir sind jetzt nur zu zweit und wenn der Content, also sozusagen die Inhalte doch mal ein bisschen dünn werden, darf man da einfach mal den ein oder anderen Gag... Oh, hier, kennst du... Oh, nee. Was denn? Ähm. Ja, komm, hau raus. Flachwitz, Master. War da eine Stimme? Nein. Hallo? War da einer? Bro. Ah, okay. Ah, pass auf. Ja, das war hier Google Assistant. Ach so. Das Geile ist, der kann einem auch irgendwie geile Gags erzählen, ne? Okay, Google. Ähm, erzähl mal, erzähl mal einen Witz, bitte. Klar, hier kommt ein Witz. Was ist weiß, kalt und rollt den Berg hoch? Eine Schneelawine mit Heimweh. Oh. Das war richtig schlecht. Aber ich muss sagen, so prinzipiell ist das schon ganz cool so. Ja. Passiert Gags, gern, Leute, wie gesagt. Bämt die Kommentare zu. Hier liegen zwei... Und die Besten wählen wir aus und dann, let's go, oder? Auf jeden. Besten drei oder was? Machen wir zwei, drei. Ja, cool. Je nachdem, ne? Falls überhaupt einer gut genug ist, ja. Oh, ne Beste. Hier liegt so eine SG-5K. Geil, nimm alles mit, Mann. Ich hab hier ganz viel SKS nun und... Was ist das? SKS-Munition? Ja. Das ist natürlich schlecht. Warum? Weil ich die AKM jetzt... Oh, nein, die... Ja, wir müssen da eh nochmal hin, glaub ich. Wieso? Weil wir looten müssen. Da oben. All diesen Kamonetz. Wozu kann man das gebrauchen? Basebuilding, glaub ich, ne? Ich leg's mal hin. Ich glaube wahrscheinlich. Doch, Mann, das stimmt, Alter. Können wir irgendwas machen mit dem Ding, ey? Es ist verschwunden. Also mit diesen SG-5 kann ich jetzt zumindest grad nix anfangen. Es ist verschwunden. Good job. Lass mal rüber. Ja, find ich auch. Ach ja, total. Ich muss erst mal was essen, warte. Woher zu? Mal eine Zucchini hinterhauen. Na. So, Leute. Ich hoffe, ihr seid gehypt, ne? Würden sie über einen Like natürlich freuen, oder? Muss das jetzt schon losgehen? Es muss jetzt schon losgehen, Alter. Der Tryhard ist wieder geworden, ja. Ist das wirklich? Ich weiß, dass ich es ein bisschen erbärmlich finde an dir manchmal. Dass du nicht einsiehst, ist eigentlich selbstverständlich, dass das hier Premium-Content ist. Ja, das ist natürlich. Aber im Grunde erinnert man die Leute nur sozusagen an das, was sie ohnehin schon wollten. Ich habe das nur den neuen Leuten auf dem Channel bisschen beigebracht. Die kennen das ja auch nicht. Pass auf, ich ziehe jetzt mal die Gasmaske auf. Ach so. Ich gehe da ja nicht ohne rüber. Ich bin ja nicht bescheuert. Du bist echt ein Lappen, ey. Weil ich muss doch ohne rüber, oder was? Ja. Weißt du, ihm ist es egal, wenn sein Teammate hier irgendwie stirbt. Warte mal. Also bei mir ist das Kreuz noch okay. Bei mir auch. Wahrscheinlich gehe ich rein und bin instant tot. Hello? Oh, really? Ich habe schon mal meine Pumpkin am Start. Nice, perfekt. Aber die Zone ist ja gar nicht kontaminiert. Also, ne? Verseucht. Du, ich habe keine Ahnung. Hier ist eh nichts an, Lut. Lass hinten gucken. Bro? Meinst du? Ja, Mann. Ich gehe hinter. Ich mache jetzt ein bisschen Spannung hier. Also, ich finde, das ist jetzt noch nicht spannender geworden. Okay, sorry. Wenn ich das mal so sagen darf. Hast du eine Tür geöffnet? Nee. Echt jetzt? Nee, das bin ich nicht. Über mir ist einer. Okay, über mir ist einer. Ja, was er labert, ey. Mal laber doch nicht. Wo bist du denn? Ich bin ganz nach hinten gelaufen in den Gang. Ich bin noch vorne bei diesen Zellen. Weißt du, da, wo es das Food drin gibt? Da oben ist echt einer. Das bist du, Alter. Das bist so ein Lappen. Bro. Ja? Echt uncool, Mann. Echt uncool, ja. Ja. Echt uncool, Mann. Das ist nicht uncool, das ist einfach normal. Ist alles super. Also ich freue mich so, wenn wir ein paar Folgen aufgenommen haben, weißt du, dass wir so ein bisschen Routine wieder haben. Weil ich bin doch noch ein bisschen aufgeregt, so, weißt du. Zwei, drei Jahre nix aufgenommen, so. Verständlich, verständlich. Aber ich kenne das auch nicht mehr so uncut-mäßig, Daisy. Das kenne ich gar nicht mehr. Ja, das ist richtig, richtig krass, das Gefühl. Ja, Mann, richtig krass. Eigentlich schneide ich ja immer. So, und hier ist jetzt Blut, oder wie? Hier ist irgendein Viel, was gerade mich anschreit, ja. Dings, haben wir eine FX? Du hast eine FX, oder? Ja, klar. Warte mal, wo ist denn... Ich habe irgendwas gesehen. Hier, ist eine Waffe. Achso, nee. Ja, eine FX habe ich schon. Okay, ich nicht. Hast du noch ein zweites Mac? Ja, wo scheiß es auf Pumpkin ist, EOP. Ja, das war jetzt die Gefängnisinsel, oder was? Das war jetzt schon die Gefängnisinsel. Das Highlight war ja eigentlich die Brücke, muss man mal sagen. Die Brücke, ja. Müssen wir doch mal genauer anschauen, wie das gebaut worden ist, ja. Ja, da würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal hin, oder? Mit welchen Materialien und so? Was sagt dein Kreuz? Also, bei mir ist alles okay. Hier ist eine Autotür. Bei mir ist auch alles okay. Nimm lieber mit. Oh, Pumpkin Moon, nice. Soll ich eine Autotür mitnehmen? Geht's noch? Soll ich denn ein Ferrari bauen, oder was? Jo. Eine Crew Jacket. Nee, C-U-U. Ich glaube, das ist die alte... Wie heißt die? Wie ist die? Was macht... In Camo-Style. Alter, was macht meiner? Muss der kacken? Wieso hält er sich da hinten? Warte, zeig mal. Was macht denn meiner gerade? Ich weiß nicht. Was hat denn... Hat der... Hat der irgendwas gestochen? Alter, jetzt geht's wieder. Ich glaube, das ist schon die Auswirkung hier von dem... Meinst du? Hat ein bisschen Hinternbrennen, oder was? Lass mal den Turm hoch und die Brücke angucken. Scheiße, Alter. Oh, ja, das ist eine gute Idee. Oh, fuck, hab ich gerade meine Dose gedroht. Können wir da oben auch noch Thumbnail machen, vielleicht? Meinst du so richtig krass wie früher? Ja, ja. Wow. 15 Minuten aufnehmen, 3, 4 Stunden Thumbnail machen. Best, Mann, best. Von nix kommt nix. Ist so. Naja, Beta, ne? Wer hat das gedacht, ey? Ist so, ja. Ja, ansonsten meldet euch nochmal in den Kommentaren, wer noch so am Start ist. Ich hab ja dieses kurze Video auf Facebook gepostet und Twitter. Und ich find's halt immer so krass, wenn sich Leute melden, so Namen, die man von vor 2, 3 Jahren noch kennt, einfach. Oh, ja. So ganz alte Hasen, ja. Mich weck grad auf, ich bin im falschen... Oh, nein. Oh, alles gut. Ich bin im falschen Dings hoch. Falsches Gebäude. Gut. Find ich gut, ne? So nach 3 Jahren Day-Z-Erfahrung. Good job. Okay, also ich weiß nicht sozusagen, wie weit deine Render-Distance ist, aber meine ist... Millionenweit, Alter, Millionenweit. Ich hab mir das ein bisschen cooler vorgestellt von hier oben, lass mal runter. Ist nicht so cool? Ne, ne. Ist nicht... Okay. Dann komm ich nicht mehr hoch, ne? Ja, gut. Dann würd ich sagen... Ich find hier nicht mehr... Ah, doch hier. Ja, was würdest du sagen? Dann kommen wir nochmal zur Brücke, würd ich sagen, und dann... Würde ich sagen... Würde ich sagen, oder? Würde ich auch sagen. Ja, lass mal vom Prison treffen, oder? Und dann... Ja, ich bin schon vom Prison. Nice, good job. Dann müssen wir halt irgendwann jetzt langsam auch in den Norden. Ich würd sagen, vielleicht nach Kamenka später. Ja, auf jeden Fall. Dann auf einer Military Base, und dann... Oh, das sieht aber schon... Oh, hier ist das aber schon sick aus, oder? Bisschen. Leute, gönnt euch diesen Anblick, ja. Das ist geil, ne? Wie weit kannst du gucken? Bis ins andere Ende. Ja, ich auch gerade so. Das ist doch mal was, Leute. Ne Brücke zur Gefängnisinsel. Anstatt sieben Minuten zu schwimmen, einfach kurz rüberjumpen. Kannst dich sofort bewegen, ne? Du kannst dir deinen Lagerfeuer aufbauen, Alter. Ja, auf den Stein, oder? Ja, Mann. Alter, gut, ich pack hier voll rein. Ja, gut, dann würde ich mal sagen... Was? Zurbrücke, oder? Ne, komm, wir haben jetzt alles gesehen, ja. Ne, Mann, ich geh nochmal zur Brücke. Perfekt, nice. Dann gehören euch noch die letzten 20 langweiligen Sekunden bei Lucy. Alter, was ist los mit dir, ja? Direkt wieder so ein Diss an mich, ja. Und was denn? Wieso? Das ist so normal, Alter. Ich versuche hier nur diesen Premium-Content wieder an die Masse zu treiben, ja. Yo, Premium. Da ist einer auf der Brücke, Bro. Echt? Ja. Nice, geil. Kein Scheiß. Ich würde sagen, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lucy und ich haben uns nach dem doch relativ spontanen Release der Beta, was auch immer das bedeutend mag, ja, das ist leise Kritik, zusammengesetzt und was aufgenommen. In der nächsten Folge geht es auf der Brücke weiter. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich gern den ein oder anderen Like da lassen und in die Kommentare schreiben, wohin es als nächstes gehen soll. Oder natürlich einfach im Discord vorbeischauen, Link in der Videobeschreibung. Damit soweit und bis zur nächsten Folge.